Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Entschrouded. Im letzten Part haben wir ja Weizloh unsicher gemacht und in diesem Part gehen wir über die Brücke und gucken uns an, was eben so auf uns zukommt. Also in dem Sinne viel Spaß und let's go! Ja meine Lieben und da sind wir wieder zurück an dem Ort, an dem wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich werde jetzt erst einmal hier die Flamme tilgen. Ich habe mir eine neue eingeparkt und ich habe auch mein Inventar aufgeräumt, habe ich repariert und deswegen können wir eigentlich ja auch gleich wieder los. Jetzt habe ich halt eigentlich nur keinen Bock auf irgendwelche Typis. Deswegen einfach mal straight hier durchrennen. Genau, ich habe auch mir die Waffen noch angeguckt, die ich das letzte Mal hier gefarmt habe und den Zauberstab habe ich komplett aufgewertet. Der hatte glaube ich fünf Aufwertstufen. Den habe ich auf jeden Fall mitgenommen und der Bogen, den ich da gelootet hatte, der war halt aber leider jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, deswegen habe ich den zerlegt. Gut, also. Hier ist... Ach, eine Sache habe ich jetzt vergessen und zwar die Triche. Das habe ich jetzt natürlich wieder nicht bedacht, aber ich hoffe, dass ich einfach keine brauchen werde. Jetzt muss ich mir aber noch mal ganz kurz das Ding hier markieren. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist nix. Where are we now? Äh, und da sind wir schon wieder so weit. Mann. Oh. Hallo? Bist du... Seid ihr doof? Jetzt bin ich hier gefangen in diesen Dingen. Wo ist die andere? Komm her. Ja. Ja, das mit den Dietrichen war natürlich jetzt doof. Ähm. Naja, ich denke, ich kann mir zumindest jetzt mal einen machen. Ah ja, schaut. Das hat jetzt für vier Stück gereicht. Dann passt das erste Mal, denke ich. Mann. Hast du keine Hobbys oder was? Glaub's nicht. Okay, hier geht's rauf. Und der zweite Dietrich ist verbraucht. Für Schwarzpulverkugeln. Irgendwie müssen die ja auch ihren Sinn haben, sonst könnte man die ja nicht die ganze Zeit looten. Das ist, glaube ich, mehr so ruinemäßig jetzt hier. Denke ich, glaube ich. Ich weiß es aber nischt. Da kann man auf jeden Fall auch hoch. Und dann... Ist da irgendwas, wo ich hoch kann? Sieht jetzt nicht so aus. Hm. Da kann man reparieren. Machen wir halt einfach. Oh. Naja, aber da oben war, glaube ich, sowieso nichts mehr. Hier ist noch eine Tür. Ja. Ja. Ah, nein. Ich wollte die plündern. Dahinter ist was, ne? Habe ich es doch richtig gesehen. Und sogar ein Mana-Trank war mit dabei. Ah ja. Wo wir auch gerade dabei sind. Und ich habe ja wieder zwei Fähigkeitenpunkte, dadurch, dass ich hier im Level angestiegen bin. Und ich habe jetzt hier das gesehen. Die Miasma-Zeit wird um zwei Minuten erhöht. Und ich glaube, dass ich mir das auch einfach mal freischalten werde. Kettenheilung. That's it. So, dann lasst uns jetzt mal in die Richtung hier. Und mal endlich zu diesem Fragezeichen, in dem ich eigentlich im letzten Part ja schon hin wollte. Ah, und hier haben wir ein Ding. Auch sehr nice. Hm. Bleiben wir einfach mal auf dem Weg, oder? Halt. Oh, hier ist jede Menge Lehm. Das ist natürlich gut zu wissen. Aber ich hatte mir ja auch schon was markiert auf der Karte, wo ich auch Lehm gefunden hatte. Und deswegen... Oh. Oh. Es sind auch wieder so viele Assis. Oh, und sie sind auch schon mal gebreit. Oh no, das hasse ich. Was bist du eigentlich für einer? Stopp. Nein, er macht's auch schnell weg. Ach. Ach. Wieso komme ich denn da nicht weg? Ja stimmt, weil ich diese Dinger an den Füßen habe. Naja. Jetzt sind sie, glaube ich, alle tot. Hoffe ich zumindest. Dann muss ja hier was richtig Besonderes drin sein, nicht wahr? Oh, eine Kiste mit Schwarzpulverkugeln. Nein, trank der Brut und Niasma. Okay. Na gut. Irgendwer hatte mal geschrieben, dass die Farbe der Haufen anders ist, wenn sich was drunter verbirgt. Jetzt ist nur die Frage, wie anders ist sie? Das wäre... Oh, hier, öffnen. Das wäre halt mal interessant. Ist auch nochmal ein Trank der Brut. Willst du mir damit irgendwas sagen? Oh. Ach so, da hätte ich auch so hingekonnt. Na gut. Okay. Dann sind wir hier aber auch schon wieder fertig. Diesen wir mal weiter. Oh, so viel Lehm. Ist es überhaupt jetzt richtig, wenn wir hier lang gehen? Eigentlich müssen wir ja da lang. Das heißt, ich glaube, dass wir gar nicht da hoch müssen. Diesen wir halt hier lang. Oh, was seid ihr für süße Viecher? Zeigt ihr mir den Weg? Ja, das ist ja sehr nett. Hier ist irgendwie was mir erstmal mäßig ist. Aber so ein Baby. Und hier ist so ein Typ. Weißt du was? Du nervst. Das bringt irgendwie auch nicht so viel. Weißt du was? Dann kannst du mit dir selber kämpfen. Da habe ich keinen Böcke. So, hier geht es auch rauf. Und hier ist der Obelisk der Erbauer. Gegen die Abgründe, die wir auftaten. Eingebettet im Sternfallkönigreich. Ein Abgrund so tief, dass das, was sich darin verbirgt, seit Jahrtausenden vor uns versteckt ist. Jedes Geheimnis wird irgendwann von der ewigen Flamme erhält. Ein archaisches Übel, das sich zusammenbraut, wächst. Es muss vergraben, fortgespült, versiegelt werden. Die Menschheit sollte niemals mit diesen Ausläufern in der Hölle in Kontakt kommen. Gut. Hier haben wir jetzt noch ein Camp. Fortschritt und auch Kopfschmerz. Nach wochenlangem eingehenden Studium habe ich Parallelen zwischen den vereinfachten phonetischen Zeichen der Ahnen und den historischen Urspringen der phonemischen, menschlichen Schrift gefunden. Ich habe die Theorie, dass das moderne Alphabet von der antiken Silbenschrift abgeleitet sein könnte. Leider konnte ich meine Untersuchungen nicht fortsetzen, da aus einer Öffnung in der Nähe ein seltsamer Geruch nach Tod drang. Er hat den Verstand meiner Forscher vernebelt und bereitet allen Kopfschmerzen, wie die Schrift der Ahnen, nur schlimmer. Warum haben die Erbauer nicht einfach ein traditionelles Alphabet entwickelt und sich stattdessen auf mehrere einzigartige, übertrieben komplexe Symbole für jede einzelne Silbe geeinigt? Piktogramme wären auch in Ordnung. Lorraine Grimm. Bedeutet das jetzt irgendwas? Ist da jetzt irgendwas in dem Miasma-Ding oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Naja gut, dann haben wir ja jetzt tatsächlich das hier. Truhe des Oswald Anders. Diadwin und seine Bausteine. Hier ist auch wieder sowas, wo man Dinger sammeln kann. Oder dahin? Ne, wir gehen jetzt erstmal da runter, hätte ich jetzt gesagt. Da müssen wir dann da lang. gegessen und getrunken habe ich noch. Dann düsen wir mal kurz hier lang. Ach, das war natürlich wieder doof. Moment mal, muss ich rauf oder runter? Das ist jetzt nicht so ganz ersichtlich, ne? Aber ich glaube, ich gehe mal lieber rauf, weil ich sonst nicht weiß, ob ich wieder raufkomme. dann kann ja nie wissen. Was haben wir denn hier? Hm. Naja. Ein verlassenes Lager, würde ich mal sagen. Und hier ist auch so ein Wegding. Dann düsen wir in die Richtung. Oh, oh, ii, was habe ich denn da auf dem Kopf? Pfui. Das tut mir auch weh, sehe ich gerade. Na, die stoppt. Oh, ich habe Haselnüsse geändert. Ich wollte aber eigentlich hier plündern. Da sind Wildsch... Oh, diese Bienen. So. Das habt ihr nun davon. Da hinten sind auf jeden Fall auch noch mal ganz viele von diesen Blumen. Und hier sind ja mal übelst viele Haselnüsse. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Und dann... Diatwin. Sind wir genau da, wo ich hin wollte? Oh, hier sind wieder schön viele Pflanzenfasern auch. Das ist gut. Hier oben ist... Hier oben ist... Nix. Aber da ist ein Wildschwein, was mich fressen will, glaube ich. Hier kann man auf jeden Fall looten. Oh. Nein, nein. Nicht mit mir, ihr zwei. Dann du. Oha, wie viele sind da. Oha. Oha. Das ist lecker Abendbrot, Leute. Schön in dem Propo, weil ich den Kopf gerade nicht erreiche. Ich mag Wild eigentlich nicht. Mögt ihr Wild? So generell so den Geschmack von Wild. Egal ob Reh oder halt Wildschwein oder so. Hier ist eine Kiste. Fachwerk-Block. Geilo. Das taugt. Das ist alles wert. Was für einen Saustall, dachte ich. Ein Haufen von Banditen, Gaunern und Schwachköpfen, die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden. Die Mannschaft ist ungehobelt. Ein paar Tage in der Mine zu schürfen, macht selbst die härtesten Räubermöbel. Uns hält ein einziges Versprechen zusammen. Elixier für alle. Ich hoffe, Samet steht zu seinem Wort. Das hoffe ich natürlich auch, aber so wie es scheint, war dem eher nicht so der Fall. getrocknetes Fell. Was gibt es hier? Die Waldrübe. Okay, dann war ich also hier, um quasi das Ding zu finden. Den Fachwerk-Block. Weil sonst sieht es mir jetzt hier eigentlich relativ verlassen aus. Oh, hier ist ein Keller und auch eine Ratte. Ich sehe euch ganz genau. Na? Da war doch noch irgendwo eine. Oh. Hallo, Schwein. Oh, das hält aber viel aus. Ist da noch eins? Aber ich höre doch irgendwo noch was. Nehmen wir mal kurz den Zauberstab. Der macht ja auch Licht. Ist hier noch irgendwas? Ja, eine Küste natürlich. Mit Feuerbällen. Und hier können wir auf jeden Fall durch. So. Jetzt ist mein Rucksack voll, obwohl ich ihn zu Hause leer gemacht habe. Ihr habt es ganz genau gesehen. Schauen wir mal ganz kurz. Kriegerhandschuhe. Coole Sache. Die gucke ich mir dann auf jeden Fall auch noch mal an. Jetzt lasse mich mal kurz noch hier schauen, ob hier sonst noch irgendwas ist. Und wenn nicht, dann gehen wir kurz nach Hause. Und dann räume ich mein Inventar leer. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass hier nichts mehr ist. Dann aber, bevor ich das mache, setze ich mir mal ganz kurz ein Flammenaltar. Dann kann ich nämlich gleich wieder hierher düsen. Die Truhe des Oswald Anders ist da aber immer noch. So, dann gehen wir kurz heim. Ich räume kurz aus und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ich gucke mir jetzt gerade mal die Handschuhe an. Und die, die ich gefunden habe, die haben plus 6% einhändiger Nahkampfschaden und die Speerhandschuhe, die haben halt plus 2 Fernkampfschaden. Also im Prinzip müsste ich eigentlich die Speerhandschuhe behalten. aber die haben halt mehr physischen Widerstand. Ne, wisst ihr was? Ich behalte die. Das macht ja keinen Sinn. Dann machen wir uns noch kurz ein paar Pietriche. Das hätte ich eigentlich auf 10 Mal herstellen klicken können. Ist wurscht. Ausgerutscht sind wir. Dann reisen wir wieder zurück. Aber, wir können dann noch kurz mal hier mit ihm sprechen über die Fachwerkblöcke. Du hast meine Fachwerkblöcke gefunden, ha? Behalte sie lieber für den Fall, dass du etwas mit ihnen anstellen möchtest. Ein neues Zuhause, gebaut für die Ewigkeit zum Beispiel. Das war jetzt mal sehr nett von ihm und dafür hat er sich auch Licht verdient. Was können wir denn? Einen fortgeschrittenen Gleiter. Das konnten wir doch aber davor auch schon. Irgendwas ist neu. Aber was? Verbesserter Greifhaken vielleicht? Den könnte ich mir aber, glaube ich, auch machen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Wir düsen jetzt nämlich wieder zurück. Und dann schauen wir jetzt mal dahinter, was hier ist, weil da müsste ja auch irgendwas sein. Irgendwas Questmäßiges. Nochmal kurz essen. So, was müssen wir denn jetzt hier genau machen? Hier sieht es aus, als könnte man graben. Ist da vielleicht irgendwas? Ja! Und vielleicht ist auch das das, was wir hier brauchen. Brandstiftbogen. Hey, der sieht ja geil aus. Und somit hätten wir das dann auch erledigt. Dann markieren wir uns doch gleich mal das nächste Frog Assision. this way. Muss ich da rauf? Gwesest nüch, gwesest nüch. Ah, da komm ich aber nicht rauf, oder? Nee, vielleicht hier. Ach komm, das hätte klappen können. Mach was halt so. so, jetzt sind wir auf jeden Fall oben. Schrein der Flamme. Jetzt habe ich auf Sammeln geklickt. Ach, jetzt habe ich die Funken. Ja, sehr schön. Dann haben wir den nämlich auch geholt. Dann düsen wir jetzt weiter. Oh, 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 halt. Äh, den habe ich natürlich wieder nicht gesehen. Schauen wir mal, was hier für eine Mine ist. Ach, eine Lähmine. Das ist sehr gut. Die muss ich mir auf jeden Fall merken, dass die hier war. Dann weiter. Oh, ist das eine Warte? Sieht fast so aus. Dann düsen wir doch mal da hin. Düsterdickichtwarte, Tatsache. Einmal runter, bitte. Alles klar, Herr Kommissar. Ich meine, ich habe jetzt zwar aktuell nicht so viel Aufnahmematerial, aber ich denke, ich würde den Pantan an dieser Stelle beenden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Und da machen wir dann die Düsterdickichtwarte. In dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.